ja grüß gott servus und hallo liebe klembau freute und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen ausgabe hier bei martins klembau welt und wie ihr seht habe ich heute ein set was ich schon etwas länger habe und zwar ist es von volking von der model serie der mercedes c63 mit der artikelnummer 13073 dieses schöne set hat 1989 teile sechs bauabschnitte und wir bauen heute in form eines die ersten drei bauanleitungen ja ich würde sagen ich fange jetzt gleich einfach mal an wir starten mit dem bauabschnitt 1 und dann wünsche ich euch viel spaß mit dem video wir sehen uns nächste woche zum teil 2 und dann wünsche ich euch einen bauanleitungsgang man zieht sich bis dann so Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.